Aber fest steht, das Ganze wird deutlich hinunter nummeriert und soll eine klare Richtung haben. Nämlich die Leute, die lange gearbeitet haben, kriegen nach wie vor eine volle Mindestsicherung. Diejenigen, die neu nach Österreich kommen, kriegen eine sehr amputierte Mindestsicherung. Wo eigentlich bargeldmäßig kaum was überbleiben wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Also zum Leben ja, man wird leben können, aber unser Ziel ist es... Wenn man von 150 Euro leben kann, dann ja. Ja, wenn man die Wohnung auch noch bekommt, also dann sicher. Wichtig ist, dass die, die eingezahlt haben, die geleistet haben, die sollen auch was mehr bekommen. Das ist das Ziel der Regierung. Genau, aber das eigentliche Ziel der Regierung ist ja, dass diejenigen, die neu zu uns kommen, vielleicht nur wegen der Mindestsicherung kommen, dass die weniger kriegen. Oder habe ich das missverstanden? Es soll natürlich kein Anreiz geschafft werden, dass es einen Zuzug bekommt. Das heißt, Sie müssen ja eine Mindestsicherung schaffen, die klarstellt, dass Asylsuchende hier nicht mehr ein Paradies vorfinden. Genau, dass die auch etwas leisten müssen. Sie müssen Deutsch lernen, sie müssen den Wertekurs unterschreiben und sie müssen sich qualifizieren für einen Job. Das ist...